Thomas! Was ist denn? Ah, Mist steht zu weit weg. Ist egal, ich fordere jemanden eigentlich. Auto an! Und dann hole ich den Liberator! Der Liberator. Man hat das Plop bei dir schon wieder gehört. Ja, das ist kacke. Du, Mist kacke! So. Puh! Ah, 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 ah! Wo steht denn der am Strand? What? Say what? In einem alten Auto und keinen Flugzeug haben. No. Oh, da steht er. Ja. 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 Kannst du den schon und anfordern? Nein. Oh. Oh. Mio. Alter. Fuck you, K. Jesus. Was, Jesus? Jetzt kann ich's machen. Ey, was stand da mit null Dollar bei Pegasus? Ja, das ist für dieses Wochenende ist ja auch ne... Ist ein Event ja nochmal extra. Und da sind die ganzen Kosten zum Anfordern von Vehikeln. Wie zum Beispiel halt jetzt der Liberator und so. Umsonst. Also von Pegasus halt. Waa? Ey, wo ist er hin? Ey, der war doch gerade noch hier. Höh? Waa? 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 Leute, steht er da oben. Waaat? Wo steht er? Waaat? Waaat? No, 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 no. I won't do that. Waaat? 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 Ich kann's nicht machen. Nee, nicht mal fast. Da ist schon ein großer Spalt zwischen. Wo bleibst du denn? Na, ich bin langsam mit dem Ding. Ups, Unfall. Fuck you! So, was hat er gemacht? Fuck, ich got off. Natürlich ist er abgebogen, war ja klar. Du schubst mich einfach weg. Jön jön. Alter, ist er echt mega weit weg. Ach was, habe du gesagt. Ja. Where did you go? No. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bist du da jetzt gespawnt? Oh, hier steht er. Nice. So, was geht mit ihm? Oh. Ah. Er hat. Was will das denn? Ich will das nicht. Fuck you. Da müssen wir die ganzen Leute da um. Okay. Nö, nö. Das sieht man da hinten in der Ferne, den Berg erklimmen. Oh, easy ist das. Kann man damit wohl auch easy hier auf den Mount Schillert fahren. Bei 100 Litern da pro 100 Kilometer würde das auch locker sein. Eher durchballert. Ah, hey. Wollte nur was anderes gucken. Bleibt er stehen? Er bleibt stehen. Gut. Weiß nicht, muss er was probieren. Oh, das erklärt er echt gut. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Okay. Hier. Achso. Da oben oder nicht, ja. Okay, let's go. Oder muss er irgendwas anderes machen gerade. Ja, hab ich gerade erledigt. Hol ich mir dann gleich, wenn wir da sind. Wo, wo, wo denn jetzt hin? Auf Nord Schillert oder was? Jo. Wo bist du denn? Schon wieder. Wir sind schon weitergefahren. Ist klar. Berghauen dann runter. Alle mal einen Berg- und Talfahrt. Waaaaaah. Gott. Oh my God. Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Ich glaube, das wird ein bisschen eng. Ich hätte nur einen Hinterradantrieb. Oh shit. Engel Scheiße gerade. Oh shit. Oh shit. Oh, oh. Ah. Oh, was war ich? Oh, jetzt bin ich stuck. Jetzt. Nein. No. Fuck. Gut. Nein, ich stecke hier fest. Na ja, klar. Muss ich wiederkommen, ne? Ja. Oh. Oh my God. Oh my God. Ich fahre die auch noch so weiter runter. Wohoho. Das sieht aus. Wohoho. Halt. Oh. Oh cool, danke. Oh my God. Hä, wie ist das denn dein Sounden weiß? Hm. Glaub ich cooler bin? Ja. Wahrscheinlich. Muss wohl, ne? Muss denn jetzt noch still hier. Hast du ne Ahnung? Ja. Gut, dass unsere Flangen in den Gegensitz der Richtung wehen. Oh my God. Habt es markiert hier den Weg entlang. Oh fuck. Oh fuck. Woher sollen die Leute überfahren? Nein. Wo ist weiterfahren? Warum just bäumst du dich auch noch auf? Hier lang oder oben? Unten lang. Ey. Ich bin voll der Raudi. Jetzt kann ich in die falsche Richtung schieben. Weg da, Auto. Wo leul ich hab? Alter. Heute ist Überschlag. Habt es dich, Auto. Guck mal, da kommt ein Trecker. Oh. Ups. Das war ein Wanderer. Wanderen wohl nicht mehr. Alter, wieso mache ich denn blöd Überschlag, wenn ich über ein Auto drüber fahre? Ah. Bremsen, bremsen hoch. Bist du runtergefahren oder hast du dich noch gerettet? Oh, da ist er. Okay. Nö, nö. Da kommt er auch hoch. Easy kommt er hier hoch. Wow, aber so behinderte Zaun plötzlich krieg mich fast zu überschlagen. Geht er jetzt hoch, oder was? Ja, noch rechts. Ja. Boah, alter, das Ding passt auch nur gerade so über die Brücke. Also hier ist jetzt auch ein Weg, den man hochfahren könnte, aber mal einfach so geradeaus. Ist er jetzt hier rechts runter und dann da hoch oder mit? Rechts hoch. Ach da. Ist das richtig, nach da? Hey, Bandara. Mal ein bisschen gecrabbelt ein. Nö, nö. Sieht runter. Hoch, 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 hoch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey. Los, du schaffst es. Fettenberg liberaten hier. Da ist ja schon da oben die... ...Gondel, wie auch immer man das nennen will. Ein bisschen hat runtergefallen. What? Ein bisschen was runtergefallen. No. Alter, der springt aber auch von links nach rechts. Ja. Also. Oh, 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 oh. Nein, Lester, jetzt nicht. Ah, easy. Wanderer auf dem Wanderweg. Warte, bleib mal rum, ich werde mal was versuchen da. Okay. Dann warte ich. So easy bin ich noch nie hochgefahren. Nee, ist echt so. Mann, da war schon wieder ein Mensch. Ja, die ist da halt. Ja, so gegen meinen Reifen gelaufen. Nee, die lebt doch noch. Oh, lol. I'm okay. Jetzt rutsst du weg. Moment. Schaffen wir das? Moment. Okay. Ich glaube, geht nicht. Was geht nicht? Können versuchen da auch die Schanze da. Auf das Dach. Ja, warte. No. Dann zeig ich es gleich. Wo willst du hin? Hier auf das Dach. Links. Können wir da wo rüberjumpen? Oh, gut. Oh, mein Gott, nein. Aber alles cool. Alles cool. Oh, mein Gott, nein. Nicht runterfallen. Oh, mein Gott, nein. Oh, mein Gott, nein. Aber ich glaube, das geht da hoch. Passible. Geh weg da. No, 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 no. Das auch? Boi. Ups. Guck, guck. Nein. Nein. Oh, come on. Joil. So könntest du auch nutzen. Man kann über das Metallding das leiden, oder was meinst du? Das auch. Das habe ich vorhin versucht, aber ich meine so. Ah, nee, zu wenig Anspunkt. Ja, das war aber nicht schlecht. War ein guter Ansatz. Oder ist noch gar. Aber du kriegst hier genug noch Speed drauf, glaube ich. Deswegen, ich versuch das eigentlich hier mal die ganze Zeit so. Über das Metallding. Ja, ich versuch das. Yeah, ich versuch das. Siehst du? Über das Metallding. Oh, lol. Ich habe meine Mutterhaube verloren. Mutterhaube. Hm, da sitzt nicht mein Motor. Wo bist du? No, 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 no. So. Wo bist du? What? Ach, da. Haben wir nur so kurz den Reifen gesehen. Ja, das will nicht so ganz, wie ich gerade will. Oh, ist hoch da. Du bist jetzt auch über das Metall, oder was? Ja. Ich trifft das nie so ganz. Die Rano. Ich jetzt. Oh, lol. Oh, lol. Weil er immer so eine Drehung irgendwo vorher hin macht. Schade, ich kann hier keiner. Kein Feuer wäre ganz schnell. Gerade, glaube ich. Doch. Jetzt geht's. Ich muss da so ein bisschen schräg drauf fahren, dass du da einmal kurz aufditchst, nur. Also ich bin da von dieser Plattform links da mit den beiden Treppen und dem Fernenglas da. Dann bin ich angefangen. So. No. Much close. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Nein. Nein. Versuch kurz drauf stehen, du wie. What the fuck? Oh, oh. Alter. Das war aber ganz schön der Abgrund. Und es ist noch gar nicht schön der Abgrund. Oh. Ah, der Fahrer weiß ja, wie er mit seinem Fahrzeug umzugehen hat. Doch, ich bin einfach mit den Menschen rübergesprungen. Der herstand dem, wenn nichts passiert. Oh, das war so das letzte Bisschen. Weil die Vorräderräder keinen Antrieb haben. Sonst hätte ich's geschafft. Mal da, wie der da wieder hochbrettert, ey. Das ist echt krass. Finde ich geil, dass sie den Monster Truck reingebracht haben. Oh, ach. Geschossen. Oh. Das war klar daneben. Also, bisschen verfehlt. Der Sonnenuntergang. Oh, das schafft er nicht. Das ist zu steil. Oh, lol. Alles gut. Ich lieg hier nur gerade ein bisschen auf dem Korb. Oh, no, 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 no. Oh, mein Gott. Oh, was schafft er. Das ist mit der Teil gar nicht mehr. Oh, lol. Oh, he did it. He did it. Oh, God. Ja, es ist auch nicht mal dunkel. Alter, weißt du nicht, wann man Feuerweh abfeuert? Oh, was. Anyways.